10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Das war's, Uwe. Tuna ist ja gar nicht mehr so schnell. Tuna ist lamsam. Mit normalerweise muss der schon weg sein. Oh, Tuna ist lamsam. Das wird geil. Ja, hat Uwe aber auch. Und Uwe hatte glaube ich den schnelleren Einser. Auf neunten Platz insgesamt? Ja. Ne, die haben den ersten voll. Na, zwei voll heute. Insgesamt, ja. Danke. Aber jetzt haben sie den zweiten auch geprüft. Ja, die Jungs können einfach nicht fahren. Positionierung nach zwei Minuten. Eins, sechs, fünf, vier, neun, zehn, sieben, zwei, drei. Ja, das war schon wieder kurz. Ja, wir nehmen die Jungs. Ja, die Jungs, Quark die Jungs hat. Ja, jetzt haben wir mit meinem. Ja, die Jungs hat noch nicht. Ja, ich war schon wieder das. Ja, ich bin auf die Jungs, wenn die Jungs verlaufen hat, die Jungs hat noch nicht. Das ist ein Fahner, das ist ein Fahner, das macht die Krua, ne, die kippe ich nicht. Das kann ja auch ein sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie spät ist das? 46 Gut Das ist Radek wieder um einiges weiter vorne Vierter ist er Und er ist wieder dran Radek ist eindeutig der schnellste Nächste Radek, Final B, Final Lauf 3 Neun Radek ey Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Bei dem Geschieße habe ich keinen Überblick mehr Bei dem Geschieße habe ich keinen Überblick mehr Ne Die haben alle gar keine Kinder gehabt Was? So So Ich weiß es nicht Und wir fangen An D D D D Positionierung nach sechs Minuten. Positionierung sechs, neun, eins, vier, zwei, fünf, drei, zehn, sieben. Das ist egal. Das ist egal. Eine Minute zur Fahrt. Das ist egal. 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 Das ist egal.